Bevor du besichtigst, solltest du unbedingt diese drei Dinge geklärt haben. Punkt 1. Marktstudie. Suche zwei bis drei Objekte heraus, die von der Größe her vergleichbar sind, mit dem Haus oder der Wohnung, die du für dich ins Auge gefasst hast, um so herauszufinden, welcher Quadratmeterpreis aktuell in der Gegend, in dem Stadtteil, verlangt werden für eben vergleichbare Objekte. Denn diese Information ist äußerst wichtig, um später dann in Verhandlungen treten zu können mit dem Verkäufer und dem gegebenenfalls sagen zu können, ja, so, dein Haus, deine Wohnung ist im Vergleich zu den anderen Objekten, die hier zum Verkauf stehen, über dem Marktwert, Marktpreis und auch so dann eben wieder eine Linie zu haben, um die Verhandlungen zu starten und eben halt auch den Preis gegebenenfalls drücken zu können. Zum Thema Verhandlungen gehe ich übrigens mal in einem anderen Video genauer darauf ein, welche Punkte da entscheidend sind und worauf du da achten solltest. Aber weiter mit den Dingen, die du vor der Besichtigung auf jeden Fall wissen oder gemacht haben musst. Punkt zwei, lege oder setze für dich eine Preisspanne fest, innerhalb derer du ein Angebot überhaupt machen kannst. Ja, du musst natürlich vorher für dich selbst wissen, wie hoch ist dein maximales Budget. Es kommt leider häufig vor, dass viele einfach Wohnungen besichtigen und dann ist vielleicht auch etwas dabei, was auch wirklich passen würde und anfangen in Verhandlungen zu treten, aber eigentlich gar nicht wissen, wie viel können sie überhaupt investieren, beziehungsweise wie viel würde die Bank überhaupt geben. Das ist natürlich eine ganz schlechte Ausgangssituation. Deswegen unbedingt vorher genau klar für dich wissen, was ist der maximale Preis, den ich bezahlen kann. Denn auch wie gesagt, nur so kannst du später nachher überhaupt richtig verhandeln. Und Punkt drei, sei bereit. Was will ich damit sagen? Also du weißt jetzt, wie der Quadratmeterpreis ist, wie so vergleichbare Immobilien aktuell auf dem Markt aussehen und was da verlangt wird für. Und du weißt, was du maximal ausgeben darfst. Und jetzt fehlt noch, dass du entsprechend Cash, Eigenkapital oder sofort verfügbares Geld, liquide Mittel zur Verfügung hast, um, wenn deine Traumimmobilie kommt, und auch eine entsprechende Anzahlung leisten zu können, um die Immobilie für dich zu reservieren. Denn leider kommt es auch häufig hier wieder vor, dass viele eine Gelegenheit verlieren, ihr Traumhaus zu bekommen, weil sie eben nicht in der Lage waren, schnell zu handeln und schneller eine Anzahlung zu leisten und so letztendlich ein bindendes Angebot abgeben zu können, sodass der Verkäufer die Immobilie vom Markt nehmen kann. Deswegen ganz wichtig, liquide Mittel zu haben, um eine entsprechende Anzahlung zu leisten. Also auch aufpassen, weil oft ist es, oder öfters kam es auch schon vor, dass zwar Geld zur Verfügung stand, aber das irgendwie angelegt war, was dann erst innerhalb von einem Monat, zwei Monaten gekündigt werden konnte bei der Bank und dann eigentlich auch wirklich nicht Liquidität da war, zumindest nicht diese schnelle, die notwendig ist, um das Objekt, das du gefunden hast, sofort für dich zu reservieren. Und es wäre natürlich schade, wenn du so eine Gelegenheit verpassen würdest, nur weil eben nicht genug Cash in dem Fall zur Verfügung stand. Also diese drei Dinge im Hinterkopf behalten und dann darfst du beginnen mit der Besichtigung. Zum Thema Besichtigung werde ich in weiteren Videos mal darauf eingehen, was da genau, worauf da genau zu beachten, worauf du achten musst, was zu beachten ist. Denn es gibt einige Punkte, die sich eigentlich öfters wiederholen und die gerade auch in Spanien häufiger vorkommen und wo du gewappnet sein solltest. So, wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich riesig über ein Like von dir freuen und natürlich auch, wenn du es noch nicht getan hast, meinen Kanal zu abonnieren. Das würde mir wirklich helfen. Und ja, ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Video.